Das Schiffe des Theseus ist ein philosophisches Paradoxon, das bereits in der Antike aufgezeigt wurde. Es berührt die Frage, ob ein Gegenstand seine Identität verliert, wenn viele oder gar alle seine Einzelteile nacheinander ausgetauscht werden. Bekannte Szenarien des Paradoxons Die älteste Formulierung ist von Plutarch überliefert. Das Schiff auf dem Theseus mit den Jünglingen losgesiegelt und auch sicher zurückgekehrt ist eine Galerie mit 30 Rudern, wurde von den Athenern bis zur Zeit des Demetrios Phaleros aufbewahrt. Von Zeit zu Zeit entfernten sie daraus alte Planken und ersetzten sie durch neue Intakte. Das Schiff wurde daher für die Philosophen zu einer ständigen Veranschaulichung zur Streitfrage der Weiterentwicklung, denn die einen behaupteten, das Boot sei nach wie vor dasselbe geblieben, die anderen hingegen, es sei nicht mehr dasselbe. Das durch dieses Gedankenexperiment aufgeworfene philosophische Problem ist ein verbreitetes Beispiel in der Philosophie-Didaktik und wird auch in der zeitgenössischen Ontologie vielfach debattiert, weil sich eine plausible Theorie darüber, wann ein Objekt als ein und dasselbe gelten und als solches auch bei Veränderungen in der Zeit fortdauern kann, daran bewähren muss. Ted Seider beispielsweise verteidigt, dass ein ontologischer Vierdimensionalismus dieses Problem elegant löst. Vierdimensionalisten vertreten die Ansicht, dass Objekte sowie sie Abschnitte im Raum einnehmen. Dies auch für die gleich zu behandelnden Zeitabschnitte tun, also Zeitscheiben besitzen oder als Zeitwürmer vorstellbar sind. Ein weiteres philosophisches Problem ist das der doppelten Identität, das sich an einem einfachen Beispiel erläutern lässt. Teseus besitzt ein etwas älteres, aber sehr taugliches Schiff. Er beschließt eines Tages, es in die Werft zu bringen und dort erneuern zu lassen. Er bittet den Werfteigner, die 1000 Planken gegen neue auszutauschen. Der Eigner der Werft besitzt mehrere Docks und findet es schade, die alten Planken von Teseus' Schiff einfach wegzuwerfen. Also beschließt er, in Dock A das Schiffe des Teseus nach und nach auseinander zu nehmen und ersetzen zu lassen und die Planken in Dock B zu bringen, wo sie in der ursprünglichen Reihenfolge und an ihrer ursprünglichen Position wieder zu einem Schiff zusammengesetzt werden. Was gelingt? Nun existieren zwei Schiffe. Das Schiff, das Teseus verwendet und dessen 1000 Planken ersetzt wurden und das Schiffe des Werfteigners, das aus allen Originalteilen von Teseus' ursprünglichem Schiff zusammengesetzt wurde. Welches Schiff ist Teseus' Schiff? Dazu lassen sich vier verschiedene Grundpositionen einnehmen. Das Schiff aus Dock A ist Teseus' Schiff. Das Schiff aus Dock B ist Teseus' Schiff. Beide Schiffe sind Teseus' Schiffe. Keines der Schiffe ist mehr das Schiffe des Teseus. Das ontologische Problem wurde 2010 vom Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ins Feld geführt, um die Genehmigungspflicht einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage zu erörtern. Genetik Da in jedem Vererbungsschritt nur etwa die Hälfte der Erbinformationen von jedem Elternteil weitergegeben wird, kommt es nach vielen Generationen vor, dass ein Nachkomme gar keine individuelle Erbinformation eines bestimmten Urans besitzt. Siehe auch O. Koberin zerstöckwerk Das Schiffe des Teseus und die skeptische Sprachtheorie 2009 Roman S. Das Schiffe des Teseus 2013 Englisch erschienen Wenn sie sich schlappen für die Erbinacles um Herbinatorio bola um Hilfe der Erbinnen 120 12 14 Vielen Dank.